Despacho sind kleine Mandalas der Inkas. Es sind Kunstwerke, die aus Blättern, Blüten, auf Samen und vielen Süßigkeiten erstellt werden. Sie beschreiben ein Ritual, eine Zeremonie, ein Geschenk, ein Zurückgeben von uns Menschen an die Spirits und das Leben für all das, was wir täglich erhalten. Und sie erinnern uns an unsere Verbindungen zu uns selbst, zu allen Lebewesen, Orten und heiligen Plätzen. Despachos folgen einem klaren und geordneten Aufbau. Diese sichtbare, äußerliche Struktur gibt Halt und erlaubt es, dass wir uns auf die inneren Ziele ausrichten und mit den eigenen Kräften in Einklang bringen. Die Überzeugung hinter einem Despacho ist, wenn wir unseren Verstand und unsere Liebe zusammenbringen, können wir etwas sehr Schönes kreieren. Alles, was wir tun, kommt in diesem Leben verstärkt zu uns zurück. Das Universum gibt alles im Maßstab des Universums an uns Menschen zurück. Geben wir also aus vollem Herzen und mit viel Liebe, bekommen wir vom Universum Großes zurück. Von daher sind die Despachos wunderbar dafür geeignet, Danke zu sagen oder Wünsche zu manifestieren. Despachos lassen trotz oder gerade wegen ihrer Struktur und Ordnung sehr viel Spielraum für Kreativität. Sie helfen, Schönheit zu erschaffen, das Loslassen zu üben und sie lehren, dass alle unsere Wünsche in Erfüllung gehen können. Despachos zu machen ist wirklich einfach. Welche Spirits man wie und wann ruft, welche Bedeutung einzelne Zutaten oder Farben haben oder welches Weltbild sich hinter dieser spirituellen Tradition verbirgt, alles kann man lernen. Man muss sich nur darauf einlassen.